Und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich habe vor einigen Monaten, das hatte ich schon in einem oder in mehreren Videos zuvor auch schon mal erwähnt, Kontakt mit der Naturrei Kater, die eine sehr gute Internetseite auch haben und genau differenzieren Zionisten und Judentum. Und ich hatte da auch einen E-Mail-Kontakt und da habe ich seinerzeit auch eine Frage gestellt, die jetzt auch wieder aktuell wird. Deswegen mache ich darüber auch einen Vortrag, weil ich bin ein Muslim und ich weiß aus dem Heiligen Koran, was es heißt, wenn jemand sagt, er ist ein Jude. Gemäß dem Heiligen Koran heißt das, der glaubt an Gott den Allmächtigen, der handelt rechtschaffen, er glaubt an den jüngsten Tag und er befolgt seine Tora. Er befolgt seine Tora. Ein ganz eindeutiger Beweis. Der Koran verurteilt die Praxis der Juden zur Zeit des Propheten Mohammed a.s.w. Als sie zu ihm gekommen sind und um ein Urteil gebeten haben, da heißt es sinngemäß, was kommen sie zu dir, ein Urteil zu erbitten, wo sie doch die Tora haben, in dem Gottes Urteil steht. Genauer muss es heißen, in dem unter anderem, um es sinngemäß richtig zu übersetzen, in dem unter anderem auch Gottes Urteil steht. Denn der Koran macht eindeutig klar, dass die Tora Fehler enthält. Viele verstehen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Viele verstehen eine Sache nicht. Sie benutzen ein falsches Wort. Bestätigen der Koran. Bestätigt die vorhergehenden Schriften. Dazu kann man zwei Sachen sagen. Zunächst einmal ist Bestätigen im Deutschen das falsche Wort. Es müsste heißen, der Koran ist ein Wächter. Er ist ein Wächter über die vorhergehenden Schriften. Das muss man sich so vorstellen. Ein Wächter, der vor der Tür steht, als Gleichnis, lässt nur das Richtige rein. Im Koran steht dann nur das Richtige und damit bestätigt der Koran durch Wiederholung des Richtigen die vorhergehenden Schriften. Was nicht wiederholt wird, was nicht im Koran steht, was aber in den alten Schriften steht, ist vom Koran ganz logischerweise nicht bestätigt. Das heißt, die Bestätigung ergibt sich aus der Wiederholung von dem, was auch in den alten Schriften steht. Wenn sich das wiederholt, ist es eine Bestätigung. Wächter bedeutet über, deswegen hat der Koran auch den Beinamen El Furkan, über das Wahre und das Falsche aus diesen Büchern. Das heißt, in diesen Büchern ist vermengt das Richtige und das Falsche. Das Richtige erfahren wir in dem, was der Koran aus diesen Büchern bestätigt, in dem er es wiederholt, in dem wir es darin lesen können. Aber es ist nicht alles wahr. Das ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, sagt der Heilige Koran, warum, wenn die Juden die Tora haben, warum urteilen sie nicht danach? Hier ist eine gewaltige Weisheit, die man richtig begreifen muss. Das bedeutet, wenn ein Jude sagt, ich lehne den Koran ab. Warum lehnst du den Koran ab? Ich finde meine Tora besser. Dann befolge die Tora. Dann befolge sie aber auch. Du kannst nicht sagen, ich folge nicht dem Koran und du folgst auch nicht deiner Tora. Wenn du aber deiner Tora folgst, dann mach das auch. Mit der richtigen Nia, mit der richtigen Absicht. Und wenn in der Tora Verfälschungen enthalten sind, aber du befolgst sie in der Nia, dass dies Gottes Wort ist, du befolgst es aber, dann ist das deine Religion. Warum? Du bist ein jüdischer, gläubiger Mensch. Du befolgst die Tora. Und daraufhin habe ich den Rabbi von der Tora Eccarta angeschrieben, aus aktuellem Anlass. Und zwar ging es mir um Michael Friedmann. Michael Friedmann, stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden, behauptet, er ist ein Mensch jüdischen Glaubens. Aber er praktiziert nicht, beziehungsweise er sieht die Tora als ein historisches Buch. Das hat man ihm nämlich abgewinnen können an Informationen. Als er meinte, im Koran ständen verfassungsfeindliche Inhalte, da hat man ihm gesagt, ja, lies mal die Tora. Was da drin steht, eine Vergewaltigte, die nicht laut genug geschrien hat, muss man steinigen, weil sie nicht laut genug geschrien hat. Steht das da drin? Ist das verfassungsfeindlich? Wenn man den gleichen Maßstab ansetzt, darauf meinte Michael Friedmann, na nein. Das ist historisch. Das befolgen wir natürlich nicht. Steht aber in der Tora. So habe ich also diesen Rabbiner gefragt, was ist ein Mensch jüdischen Glaubens? Und er hat mir geantwortet, ein Mensch jüdischen Glaubens ist ein Mensch, der die Tora und die Schrift Gottes befolgt. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, weil die sehr tolerant sind, ja, sehr tolerant, sehr herzlich. Ja, und habe dann zurückgeschrieben, was ist denn mit einer Frau, die Unzucht begeht? Und man erwischt sie dabei. Was glaubt ihr, was ich als Antwort bekommen habe? Diese Frau gehört gesteinigt. Aber wir praktizieren das nicht. Wir haben keine Macht. Wir sind nicht in einem Stadtstaat. Wir können das nicht anwenden. Aber in unserem Staat, wenn er wirklich ein jüdischer Staat wäre, gelte das Gesetz der Tora. Dann ist es ein jüdischer Staat. Wenn jemand sagt, er praktiziert das nicht, ist er nicht im jüdischen Glauben. Das heißt, man muss die Definition verstehen. Wenn ein Michael Friedmann sagt, ich praktiziere das nicht, das ist Historie, dann tut er dem Weltjudentum, den wahren Juden, Unrecht. Weil diese sagen, das ist kein Mensch jüdischen Glaubens. Die sagen das. Der Mensch jüdischen Glaubens ist, der das Wort Gottes praktiziert, anerkennt und sich danach richtet. Wie der heilige Koran sagt, richtet euch nach der Tora. Wenn sich nun die Juden dahin stellen und gegen den Koran attackieren, dann muss man ihnen sagen, zum Beispiel an Michael Friedmann, okay, was ist denn deine Alternative? Eine halbe Tora, dreiviertel Tora, ein Viertel Tora. Warum stellen sich diese Menschen dahin und sagen, der Koran sagt, unsere Schriften sind verfälscht. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal auch die Christen. Unsere Schriften sind verfälscht. Die Jeremia, Kapitel 8, Vers 8, bestätigt dies. Aber sie sagen, nein, das ist wortgetreu. Das ist nicht verfälscht. Da legen sie großen Wert drauf. Dann sagen wir Muslime, ja, dann praktiziert es doch. Jesus hat euch doch gesagt, ihr müsst das praktizieren. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Wer auch nur das kleinste Jota von Gottes Gesetz und er bezieht sich auf Moses und auf die Propheten. Wer dieses auflöst, ist der Geringste im Himmelreich. Das heißt, wenn sie Jesus glauben und glauben, das ist das wahre Wort, warum praktizieren sie es nicht? Warum stellen sie sich dahin und kritisieren den Koran? Aber selber praktizieren sie es nicht, weil das ist so brutal. Warum? Wenn im Koran finden wir nicht, erstens Steinigung finden wir nicht, keine Silbe. Zweitens, Kinder, die ihren Eltern fluchen, gehören gesteinigt. Das steht in der Tora. Das steht in der Tora. Das bestätigt der Koran nicht. Das finden wir im Koran nicht. Diese barbarische Strafe finden wir nicht. Oder eine Vergewaltigte, die nicht laut genug geschrien hat, gehört gesteinigt. Oder eine Frau, die einen Angreifer zwischen die Beine greift. Ihr Arm gehört abgehackt. Das wird im Koran nicht bestätigt. Wie kann nun jemand sagen, unser Buch ist wortgetreu, aber wir befolgen es nicht? Ja, dann befolgt ihr Gottes Wort nicht. Wenn ihr sagt, das ist Gottes Wort und ihr befolgt es nicht, dann befolgt ihr Gottes Wort nicht. Dann seid ihr Ungläubige. Habt euch selbst geoutet. Wenn ihr Gläubige seid, müsst ihr sagen, ja, das ist Gottes Wort, wir befolgen es. Aber es gibt nicht den Punkt, und das hat mir der Rabbiner ganz deutlich gesagt. Er meinte, wir haben eine Religion und auf die sind wir stolz. Und wenn jemand sagt, er ist jüdischen Glaubens, dann bedeutet das nicht, er ist jüdischen Glaubens, weil er sehr betroffen ist über die Geschichte des Holocaust. Oder weil er sich ein Käppi aufsetzt. Oder weil er einer Klagemauer irgendwelche Zettel einschiebt. Mit irgendwelchen Gebeten. Wenn er nicht daran glaubt. Wenn er es nicht praktiziert. Das heißt, wir Muslime sagen, den Juden, ihr wollt den Koran nicht annehmen, dann befolgt eure Tora. Aber das tut ihr nicht. Ihr sagt, das wäre ein Historienbuch. Also befolgt ihr gar nichts. Ihr lehnt Koran ab, ihr lehnt Tora ab, ihr lehnt Evangelium ab. Ja? Sie befolgen gar nichts. Wo ist ihr Maßstab? Wie können sie sagen, ich bin jüdischen Glaubens? Wenn sich das definiert an der Befolgung der Tora. Gottes Wort. Und wenn Jesus selber gekommen ist und sagt, wehe euch, ihr löst auch nur ein kleinstes Jota von diesem Gesetz auf. Ich bin nicht gekommen, das aufzulösen. Es muss befolgt werden, heißt es. Das heißt, jeder Christ, der sagt, das ist Gottes Wort, muss zurück zum Alten Testament und alles lesen und befolgen. Wenn aber dann der Christ sagt, ja wie soll ich das befolgen? Steinigung. Jesus hat die Steinigung nicht aufgelöst. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen und die sagen, er hat die Steinigung aufgelöst. Widerspruch in sich oder was? Jesus hat nichts aufgelöst. Nicht mal das kleinste Wort. Ja? Damit man auch nicht immer wieder dieses Argument bringt. Da sagt man ja, beim Koran steht doch, dass Isa A.S. den Kindern Israels erlaubt hat, was ihnen verboten war. Das muss man genau verstehen. Das muss man genau begreifen. Denn im Heiligen Koran steht auch drin, dass die Kinder Israels sich selber die Dinge verboten haben. Das heißt, Isa A.S. hat was gemacht? Er hat den Kindern Israels das erlaubt, was sie sich selbst verboten haben und trotzdem ihnen verboten war. Weil sie nicht erkannt haben, dass dieses Menschengesetze sind. Wie zum Beispiel dieses Händewaschritual. Das kann man noch im Evangelium nachlesen. Aber er hat noch mehr aufgehoben von diesen Menschengesetzen, menschengemachten Gesetzen. Da sagt der Heilige Koran ganz deutlich, sie haben viel vergessen. Sie haben vieles vergessen von dem, was Isa A.S. ihnen gebracht hat. Aber eine Sache haben wir, das Händewaschritual, wo er gesagt hat, ihr könnt essen ohne euch so kompliziert die Hände zu waschen. Es war ihnen aber zuvor verboten. Das heißt, wenn im Heiligen Koran steht, dass Isa A.S. ihnen Dinge, paar Dinge erlaubt hat, die ihnen verboten waren, den Kindern Israels sind damit nicht die Gottesgesetze gemeint. Sondern das, was die Kinder Israels sich selber verboten haben. Und das steht auch ausdrücklich im Koran drin. So, also damit es klar ist, da gibt es keinen Widerspruch. Das Gesetz Gottes muss befolgt werden. Ja, sie sagen, nö, der Koran, das ist, der sagt, dass unsere Schriften verfälscht sind, das gibt es doch gar nicht. Unsere Schriften sind wortgetreu von Gott, Gott inspiriert, ja, dann befolgt sie. Ja, ihr Christen, ja, ihr Juden, dann befolgt sie. Tut ihr das? Nein. Die Christen haben sich eine neue Religion gebastelt, die mit dem Wort Jesus überhaupt nicht übereinkommt. Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, dann ist er auch nicht gekommen aufzulösen durch die Kreuzigung. Ja. Geht überhaupt gar nicht. Zumal, wenn sie der ganzen Bibel glauben, wie Jesus ihnen das sagt, steht drin, das habe ich auch in einem anderen Video, ja, Aber, wer am Holze hängt, ist verflucht und Paulus selber bestätigt das. Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Jetzt wollen die Christen wirklich daran glauben, dass sie dann diesem Fluch folgen, um Segen zu bekommen? Dass Gott ihnen am jüngsten Tag sagt, warum seid ihr nicht dem Fluch gefolgt? Warum seid ihr nicht dem Fluch gefolgt? Das ist, das Heil, sieht doch, Paulus ist ein Verdreher der Wahrheit. Aber nichtsdestotrotz, wir sagen, okay, aber praktiziert die Gesetze. Was sagen sie? Ne, das ist historisch. Der Koran ist verfassungsfeindlich, weil die Muslime sich daran halten. Bei uns ist es nicht verfassungsfeindlich, weil wir uns nicht daran halten. Ja, das heißt, die haben ihre Bücher verlassen. Die haben ihre Bücher verlassen. Und wenn sie ihre Bücher verlassen haben, was verteidigen sie dann? Warum liest man in vielen Foren Bibel versus Koran? Warum? Wenn sie doch die Bibel gar nicht befolgen, dann brauchen sie doch gar keine Gegenüberstellung zu machen. Sie müssen sich doch nicht dahin stellen und ihre Bibel verteidigen. Warum? Sie halten sich nicht daran. Was verteidigen sie denn dann? Eine Theorie? Was verteidigen sie überhaupt? Um zurückzukommen auf dieses Gespräch mit, oder beziehungsweise die E-Mail-Korrespondenz mit der Turaikata, mit einem Rabbiner, der auch ziemlich detailliert geantwortet hat. Viele Menschen nennen sich Juden, Menschen jüdischen Glaubens. Aber wir müssen deutlich sagen, dass wenn sie die Tora nicht befolgen und nicht praktizieren, dann sind sie nicht in dem Glauben. Und wir müssen, wenn wir unseren Staat haben möchten, das praktizieren. Und alleine Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht ein aggressiver Vers, sondern ein Gerechtigkeitsvers. Da hat dieser Mann Recht. Das ist Gerechtigkeit. Du nimmst, haust mir ein Auge weg, ich hau dir ein Auge weg. Genauso, wenn die Palästinenser einen Raketenangriff machen und sagen, wenn mal ein Jude stirbt, dann dürften die Israelis nur so antworten, dass auch nur ein Palästinenser stirbt, wenn sie ihre Tora befolgen. Aber nicht, ein Palästinenser tötet einen Juden und sie töten tausend. Das geht nicht. Das ist nicht Befolgen der Tora. Aber wir sagen, wir Muslime, ja, aber da sind Sachen drin, die der Koran nicht bestätigt. Ja, wo wir sagen, das ist Menschenwort. Das ist doch nicht Gottes Gnade. Eine Vergewaltigte steinigen, weil sie nicht laut genug geschrien hat. Und diese schlimmen Verse, die wirklich blutrünstig und brutal sind, sagen wir, das geht nicht. Das ist nicht die Barmherzigkeit Gottes. Jesus, da stellen sich die Christen dahin und sagen, der Gott im Alten Testament ist ein Rache-Gott. Ja, aber Jesus hat gesagt, wehe euch auch nur einen Jota, das heißt, einen Buchstaben aufzulösen. Aber das tun sie. Sie sagen, das Neue Testament ist das Neue Bündnis. Das hat Jesus nicht gesagt. Denn um einen neuen Bund zu haben und das Alte ist aufgelöst, dann müsste er sagen, ich bin gekommen aufzulösen. Ich bin gekommen aufzuheben und komme mit dem neuen Bund. Das sagt er nicht. Wir sehen also, sie haben nichts. Und deswegen sagt der Heilige Koran, sie fußen auf nichts. Sie fußen in ihren Glaubensvorstellungen auf nichts. Wenn sie nicht der Injil folgen, die Christen und die Juden ihrer Tora. Sie fußen auf gar nichts. Und in seiner Barmherzigkeit, der großen Barmherzigkeit von Allah, subhanahu wa ta'ala, trotzdem seien die Juden und die Christen gerettet. Wenn sie ihren Büchern folgen, mit der Absicht dieses Gotteswort und dieses befolgen, dann sind sie gerettet. Selbst wenn sie etwas folgen, was Allah, subhanahu wa ta'ala, nicht offenbart hat, sie es aber nicht wissen, und sie glauben daran, dass es Gottes Wort ist, steht im Koran eindeutig, und die Juden, die an Allah, subhanahu wa ta'ala glauben, an die Botschaft glauben, an die Tora glauben, auch wenn sie entstellt ist, aber sie mit ihrer Nia, mit ihrer Absicht sagen, das ist Gottes Wort, das befolge ich, und ich glaube an das jüngste Gericht, und ich handle Rechtschaffen, und ich handle gerecht, und ich befolge die Tora. Dann können wir Muslime nicht sagen, du bist verloren. Aber wir können mit Gewissheit sagen, du bist verloren, wenn ihnen die Tora bekannt ist, und sie diese ablehnen, weil dort Gesetze drinstehen, die sie nicht praktizieren können, und dann wird ihnen der Koran dargebracht, bitteschön, und dort finden sie diese barbarischen Gesetze in der Tora nicht wieder, und trotzdem lehnen sie den Koran ab und sagen, das ist, das ist nicht Gottes Wort. Okay, wenn ihr sagt, der Koran ist nicht Gottes Wort, die Tora ist Gottes Wort, wiederholen wir unseren Vorwurf, dann befolgt es. Weil es steht eindeutig drin, dass das zu befolgen ist. Und Gott hat seine Gesetze klar gemacht, und dieser Rabbiner hat mir gesagt, viele Juden denken, wenn sie koscher essen, dann sind sie Juden. Nein, das ist eine Art der Speise, genauso wie viele Muslime meinen, wenn sie kein Schweinefleisch essen, dann sind sie Muslime. Nein, das muss aus der Überzeugung des Glaubens kommen, und aus der Befolgung aller Gesetze. Und der Befolgung von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Denn wer nicht nach dem richtet, und das betrifft jedes Individuum, sowie auch die Führung, aber zunächst jedem Individuum, weil jeder ist verantwortlich für sich selbst. Wer nicht nach dem richtet, sich richtet, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, das sind die wahren Ungläubigen. Und deswegen, wenn sie sich also da hinstellen und sagen, nein, Koran, dann bitte, was habt ihr? Habt ihr die Tora? Oder wollt ihr sagen, jetzt die Juden, ja, nee, also, Koran nicht, wir haben jetzt unsere, was habt ihr, eure Demokratie, das ist nicht Gottes Wort. Ja, oder was auch immer, äh, für Ideologien, da sagen ganz klar, jeder Mensch jüdischen Glaubens, das ist nicht Gottes Wort. Zu befolgen ist Gottes Wort. Eindeutig und klar. Im richtigen Verständnis. Aber auch im richtigen Verständnis, ja, auf Palästina gemünzt, gerecht zu sein. Selbst, diese brutalen Verse, die da drin stehen, hindern sie aber nicht darin, auch das zu befolgen, was Gott tatsächlich auch darin offenbart hat. Nämlich, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ein Gerechtigkeitsvers. Er ist der Vers der Gerechtigkeit. Und wenn sie diesen befolgen, würde niemals so ein Massenabschlachten erfolgen. Sie könnten nicht mit ihren Flugzeugen wie wild durch Palästina kreisen und einfach Flächenbombardement machen. Sie könnten das nicht, wenn sie Gottes Wort fürchten würden. Sie würden sagen, wie viele Opfer haben wir, mehr dürfen wir den anderen nicht zufügen. Aber wir wissen, dass das die Zionisten sind. Aber nichtsdestotrotz, auch noch einmal, zum klaren Verständnis, ein Michael Frickmann kann nicht sagen, ich bin jüdischen Glaubens, aber ich praktiziere nicht. Weil auch die Religion des Judentums hat seine Definition und deren Gelehrten sagen, ganz klipp und klar, wer sich nicht an die Tora hält, ist nicht im jüdischen Glauben. Ist raus aus dem jüdischen Glauben. Deswegen kann sich ein Michael Frickmann nicht da hinstellen und sagen, ja wir Juden, wir sehen die Tora als Geschichte, aber ihr Muslime, ihr befolgt den Koran. Das heißt, er darf nicht auf der Basis argumentieren als Mensch jüdischen Glaubens, sondern er muss argumentieren als jemand, der meint, irgendwo zu glauben, aber nicht zugehörig zum jüdischen Glauben. Das ist nur seine eigene Auffassung, aber die Zugehörigkeit zum Glauben ist definiert. Jede Religion hat eine Definition, was diese Zugehörigkeit angeht. Selbst die Christen haben dazu eine Definition kreiert, was ihre Religion angeht, die mit den Schriften sowieso nichts zu tun hat, aber selbst in ihrer falschen Religion, die mit den Schriften nichts zu tun hat, haben sie ihre Definition der Zugehörigkeit. Das haben selbstverständlich auch die Juden. Und deswegen muss man sagen, Herr Friedmann, Sie argumentieren nicht aus der jüdischen Position, wenn Sie sagen, die Tora ist ein historisches Buch, aber ihr Muslime hält euch an den Koran und deswegen sei dies verfassungsfeindlich. Nein. Wir halten unsere Religion, wir halten uns an den Koran, können aber hier leben mit auch den anderen Gesetzen, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Erlaubnis gegeben, das zu tun. Wenn es nicht möglich ist, das Gesetz zu implementieren und wir sind die Minderheit, dann fügen wir uns diesem Gesetz, was an Pflichten eben hier besteht, weil es nicht dazu führt, dass wir unsere Pflichten in unserer Religion verletzen. Wir können alle Gesetze, alhamdulillah, einhalten. Und wenn wir zu etwas gezwungen werden, ja, das ist ja auch ein Zwang, wenn jetzt zum Beispiel, die anderen sind an der Macht und sie zwingen uns dazu, weil ansonsten ist Strafe und man würde gegen Gesetze verstoßen, dann ist das in Ordnung, weil man es nicht aus freien Stücken tut, sondern aus dem Zwang. Ich kann nicht vor Gericht nach dem Koran urteilen, obwohl ich das gerne als Muslim will, sondern ich muss mich nach diesen Gesetzen richten und füge mich dessen auch, weil es sich aus dem Zwang, die Gesetze einzuhalten, ergibt. Aber meine Überzeugung im Herzen ist beim Koran. Wenn also ein Michael Friedmann sagt, seine Überzeugung ist nicht bei der Tora, dann ist er nicht im jüdischen Glauben per Definition. So. Das muss man einfach so sehen. Man kann sich ja nicht einfach irgendwas nennen und glauben, da gibt es nicht irgendwelche Voraussetzungen. Ich finde, das ist natürlich auch eine Sache, die die Menschen, die tatsächlich diese Religion im Herzen praktizieren, ist dieses natürlich irgendwo auch eine Anmaßung. Man muss schon sagen, da stehe ich. Ich bin nicht nur, wenn es darum geht, Vorteile auszuschlachten, bin ich in der jüdischen Religion, sondern ich muss immer in der jüdischen Religion sein. Es geht also nicht nur darum, wenn es darum geht, Gedenkminuten zu halten und zu sagen, wir haben den Holocaust erlebt und jetzt bin ich Mensch jüdischen Glaubens, aber wenn es darum geht, auf die Tora befragen, nee, das ist ein Historienbuch. Das geht nicht. Das geht eindeutig nicht. Das ist schon ganz klar. Deswegen auch bei diesen ganzen Diskussionsrunden, da kann sich Herr Michael Friedmann nicht immer so darauf hinstellen und sagen, ja, die Tora ist für mich ein historisches Buch. Wenn da auch verfassungsfeindliche Dinge drinsteht, die beachte ich ja nicht, aber ihr Muslime, ihr beachtet euren Koran. Das geht nicht. Und noch weiter zu sehen, was die religiösen Menschen angeht, sie können nicht den Koran ablehnen und ihre eigenen Bücher nicht befolgen, obwohl sie davon überzeugt sind, dass es Gottes Wort ist. Und Jesus den Christen den Befehl gibt, diese Gesetze einzuhalten. Und selber im Evangelium diese Gesetze wiederholt. Ja, es gibt ein Gesetz, das den Christen gar nicht mundet. Denn er wiederholt, er wortgetreu, das Gesetz, wer seinen Eltern flucht, soll des Todes sterben. Er wiederholt es, was im Alten Testament steht, was deutlich macht, das ist nicht aufgelöst. Also man sieht, so kann man miteinander in den Religionen nicht umgehen. Entweder ist man religiös und sagt, okay, ich befolge meine Tora, ich befolge mein Evangelium und dieses verteidige ich. Oder man ist nicht religiös und stellt sich gegen uns religiöse Menschen. Ja, dann ist man natürlich auch in einem ganz anderen Bereich. Dann kann man nicht sagen, das ist hier ein Dialog zwischen Christen und Muslimen. Das kann ich angehen. Sondern da muss man klar sagen, das ist ein Dialog zwischen Muslimen und Menschen, die sich vom Glauben losgesagt haben. Denn wer Paulus folgt, hat sich von Jesus losgesagt. Das ist eindeutig. Und die hochdotierten Theologen bestätigen das viele, sagen, Paulus ist der eigentliche Begründer des Christentums und seine Botschaft hat mit der von Jesus herzlich wenig zu tun, wenn überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie widerspricht eklatant. Das wollte ich hier mal ganz deutlich zu verstehen geben, weil mir das auch ganz am Herzen liegt, weil viele Menschen viel, viel reden. Ach, der Koran ist nicht Gottes Wort, die Bibel ist Gottes Wort, aber sie halten sich nicht dran. Ja, was ist das? Dann braucht ihr das nicht verteidigen. Was soll ich denn verteidigen? Ja, sie greifen den Koran an, aber selber halten sie sich an ihre eigenen Schriften überhaupt nicht, nicht an Jota, um auf Jesus zurückzukommen. Ja, was ist das? Was ist das für eine Verteidigung? Was verteidige ich denn dann? Stolz? Oder verteidige ich wirklich, dass ich sage, nee, das ist das richtige Wort? Das tun sie ja nicht. Sie sagen, das ist das richtige Wort und halten sich nicht dran. Selbst der Papst hält sich nicht daran. Der Papst hält sich nicht daran. Ja, ganz deutlich zu sagen. Die Gesetze sind nicht aufgelöst, die Steinigung ist nicht aufgehoben, die Steinigung ist aufgehoben im Heiligen Koran. Dort finden wir sie nicht, aber in der Bibel finden wir sie. Das ist also eindeutig. Aber sie werfen uns Muslimen vor, oh, ihr seid ja barbarisch. Dabei sind ihre Schriften zehnhunderttausendfach barbarisch. Der Koran ist nicht barbarisch. Der Koran ist gerecht. Sie verstehen das Wort nur nicht. Sie begreifen es nicht. Wir erklären es ihnen, aber sie wollen nicht annehmen. Wir sagen ihnen, tötet die Ungläubigen, ist ein Schlachtruf zur Zeit des Propheten Mohammed, a.s. gegen die Götzendiener. Eine situationsbezogene Offenbarung, die Anwendung findet, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wie es damals war. Das heißt, die Götzendiener, die den Propheten Mohammed, a.s. vertrieben haben, die seine Freunde und Gefährten getötet haben, nur weil sie an einen Gott glauben. Dann ist in der Verteidigung der Muslim aufgerufen. Und dann ergeben sich natürlich in einem Krieg auch diese Befehle. Die ergeben sich übrigens auch bei den Amerikanern, wie wir bei Wikileaks mitbekommen konnten. Da haben die nicht gesagt, wenn es möglich wäre, dann, wenn ihr da am Hubschrauber seid und ihr seht da die irakischen Zivilisten, wenn es möglich wäre, dann nimmt sie gefangen, werft ein Netz runter und dann habt ihr sie gefangen, sondern tötet sie, eliminiert sie. Das ist ein ganz klarer Befehl im Krieg. Und so ist es im Heiligen Koran. Die ganzen Voraussetzungen sind gegeben, dass es zu diesem Verteidigungskrieg gekommen ist und dann kommt es zu klaren Befehlen. Wobei aber auch hier ganz klar zu differenzieren ist, dass es heißt, wenn der Gegner zum Frieden geneigt ist, müsst ihr das auch sein. Ihr dürft nur in dem Maße auf Unrecht antworten, alles sinngemäß. Also es heißt jetzt nicht, wortgetreu sinngemäß heißt nicht, dass es etwas ganz anderes ist, sondern es heißt, es ist der Sinn, der dahinter steht. Ich bringe es jetzt nur nicht wortgetreu, Wort für Wort rüber. Wenn man es noch Wort für Wort nimmt, ist es noch viel präziser. Sinngemäß ist es eine Zusammenfassung des Inhaltes, damit es nachvollziehbar ist, in kurzer Zeit. So. Das heißt, ihr seid zum Frieden geneigt, wenn der Gegner zum Frieden geneigt ist. Und das Ziel dieser Kriege ist nicht Ländereien, ist nicht, sondern, dass die Menschen den Glauben annehmen und die Muslime ihren Glauben praktizieren lassen. Und wenn sie das tun, haben sie die friedlichsten Nachbarn. Natürlich stellen sie sich dann dahin und immer wieder mit den gleichen Klischees. Oh, ihr macht dies, ihr macht jenes, ihr macht das. Menschen machen viel. Es gibt Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Picken sich das raus von den Menschen, die die Religion nicht verstanden haben und wollen daran die Religion definieren? Nein. Die Definition der Religion ist der Heilige Koran und die Sünder, die Hadith, die den Koran erklären und nicht widersprechen. So klar und deutlich ist unsere Religion. Und wenn sie, die Christen und Juden, ihre Bücher einhalten, dann haben sie nicht das Recht zu sagen, der Koran sei verfassungsfeindlich. Ja, denn dann sind wir wieder auf einem Level, was in den Büchern drin steht, was Gottes Gesetze sind. Wenn sie aber sagen wollen, Gottes Gesetze sind verfassungsfeindlich, ist es klar, dass sie in einem Staat leben, der sich von diesen Gesetzen distanziert hat, abgewendet hat. Wobei aber, wenn wir die Tora nehmen und die Injil, das Evangelium, wo, Herr Is.a.w. sagt, dass das Alte Testament nicht aufgelöst ist, dann muss man klar sagen, dass das große Abweichungen zu der hiesigen Verfassung hat. Wenn wir aber den Heiligen Koran nehmen, da haben wir keine großen Abweichungen. Nur in den Strafsanktionen, die dem Opferschutz dienen, zum Beispiel regen sich alle auf, dem Dieb die Hand abhacken, ja, nicht klauen, dann passiert das auch nicht. Das ist eine Abschreckung. Es geht nicht darum, dass man jedem die Hand abhackt. Eine Abschreckung, den Diebstahl nicht zu begehen. Opferschutz? Ja, und dann gucken wir uns mal die Alternative an. In den letzten zehn Jahren in Europa 500 Milliarden Euro Schaden nur durch Ladendiebstahl. In den letzten zehn Jahren. Zeigt doch das hier, dass das Strafmaß, was man anwendet, nicht fruchtet. Das ist nur eine Meinung, dass das ganz klipp und klar hier besser fruchten würde, wenn die Abschreckung gegeben wäre und aus religiöser Überzeugung. Aber das schlachtet man aus und sagt, oh, verfassungsfeindlich. Es ist doch klar, dass unsere religiösen Schriften, Gottes Wort, abweichen von der Verfassung, sonst würden sie ja den Koran befolgen. Deswegen ist das unsinnig zu sagen, ihr befolgt den Koran und das ist verfassungsfeindlich. Wenn wir einen Konsens hätten, dann würdet ihr den Koran befolgen. Das tut ihr nicht. Da ihr den Koran nicht befolgt, ist doch klar, dass es Unterschiede gibt. Es ist ja geradezu töricht, wenn die Leute sich da hinstellen und sagen, ja, der Koran weicht von der Verfassung ab. Ja, Kunststück. Sonst wären wir ja alle Muslime. Also, das ist eine sehr, eigentlich eine absolut niveaulose Diskussion in dieser Richtung, die geführt wird und auch deutlich macht, dass man selber will, dass Religion und Staat getrennt wird, aber selber man anfängt, das zu vermengen und den Muslimen vorzuhalten, euer Koran ist verfassungsfeindlich. Sie selber tun das. Wenn ein Muslim sagt, dass was im Koran steht, das ist meine Überzeugung, so wie Pierre Vogel es eindeutig gesagt hat, dann ist daran überhaupt nichts Verwerfliches. Solange er die hiesigen Gesetze einhält, ist was in seinem Herzen ist, ist nicht Gegenstand vom Richter im Gericht. Was im Herzen ist oder was im Kopf ist, das ist nicht Gegenstand, sondern das, was seine Handlung ist. Wenn er die Gesetze einhält, dann hält er die Gesetze ein. Man kann heutzutage nicht verklagt werden, weil man die Gesetze einhält, aber man meint, er hat eine andere Überzeugung. Das ist nicht Gegenstand einer Klage. Hiermit verklage ich Herrn X, weil ich die Auffassung habe, dass er zwar die Gesetze einhält, aber in seinem Herzen etwas anderes hegt. Das geht nicht. Das ist eine ganz klare Sache, dass wir hier uns in einem Bereich bewegen, den wir so nicht hinnehmen können. Religion ist unsere Religion. Wir haben unsere Überzeugung. Wir halten die hiesigen Gesetze ein. Und das ist der Maßstab, ob jemand strafbar sich macht oder nicht. Ob er die Gesetze einhält. Es ist nicht strafbar, dennoch mit seinem Herzen bei der Religion zu sein. Das war mal mir ganz wichtig, das mal so alles auf den Punkt zu bringen. Und ich hoffe, dass ich damit vor allen Dingen mit diesem Vortrag viele Menschen dazu bewegen kann, aufzuhören, den Koran zu kritisieren und die Bibel als besser hinzustellen, wenn sie diese doch gar nicht befolgen. Und allen anderen ein Nachdenken, wo sie denn eigentlich stehen. Denn vom eigenen Standpunkt aus kann man die Dinge vielleicht besser beleuchten, wenn man kapiert, wo man steht. Und nicht meint, man würde irgendwo stehen, wo man gar nicht steht. So einfach ist die Welt. So einfach ist die Welt.